Wir sind Schwanz und Ehrlich, der schwule Podcast. Und mit Kanonen kennen wir uns aus. Und wir sind für die Gratis-Cocktails hier und Getränke. Und Essen? Und wir batteln uns heute im Lasertag gegen die anderen Creator. Ich bin Charlotte vom Kanal Charlotte Kräft und es ist ja klar, wer hier den Sieg heute holt, denn... Die Schwänze haben hier gar nichts zu melden. Geknallt bist du, Junge. Und mein Team präsentiert heute die Marsianer. Und wir repräsentieren die Gürtler und jetzt spielen wir gleich Capture the Flag. Schneid die Gürtel eng. Und wir machen das Ganze natürlich hier nicht aus Spaß, sondern es gibt richtig krasse Preise für euch zu gewinnen. Heilige Scheiße. Und die werden wir dann am Ende an euch verlost. Spiel Nummer 1 nennt sich Capture the Flag. Jedes Team hat nämlich eine Flagge und Ziel des Spiels ist es, die gegnerische Flagge sozusagen zu klauen und in die eigene Base unbeschadet, ohne dass man abgeschossen wird, wieder zurückzubringen. Und dann ist es, die wir dann an euch verlassen. Ja, ja, ja. So much, how do you do that? Oh my goodness. Oh my goodness. Shit, man. Ah, fuck. 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 I'm gonna skip this. Get in that car off the bike. Fuck. 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 Die anderen waren zwar stets bemüht, doch wir waren besser. Wie immer. Und die GoPro, die kriegt ihr jetzt. Und was ihr davon machen müsst, das gucken wir dann noch. Vielleicht nackt ausziehen. Tolle Filmchen. Und Lenden-Tanzer bei Tanzen. Die Kondition ist auf unserer Seite am Ende. Das war nur der erste Streiche. Die anderen gehören uns. Das nächste Spiel, was wir spielen, ist Elimination. Jeder von uns hat fünf Leben und sobald die weg sind, haben wir verloren. Wir sind aber ein bisschen strategischer. Wir werden uns jetzt ein bisschen zurückfallen lassen. Weil ich glaube, die werden jetzt sehr angreifen. So von gefühlt. Und wir werden jetzt mal versuchen, das so ein bisschen nach hinten fallen lassen. In der Ruhe liegt die Kraft. Ja, wir machen einfach die Barney-Stinzen. Bevor ich abgeschossen werde, liked auf jeden Fall das Video. Ich seh dich. Ich seh dich. Wo sind die denn alle? Die stehen alle da auf die Ecke im Klass. Komm, sag mal raus. Leute, sag mal viel. Viel. What? Wow. Nicht schlecht. Bellen wir da auf die Ecke. Feind viel. Feind viel. Feind viel. Richtig, bitte. Ein Tod! Jawoll! Das wäre gut zu machen. Das können wir tun! Ja! Schwerer als erwartet. Juhu! Recoil-GPS-Laser-Combat. Hab ich gar nicht abgelesen und wusste, was das ist. Jetzt können wir beim Cruisen auch noch Lasertag spielen. Ja, das ist Gott sei Dank. Endlich. So, nächste Runde. Wir sind grad heiß gelaufen. Aber wir sind auch sehr alt und unsere Kondition lässt langsam nach. Darauf scheiß ich. So, beim nächsten Spiel verschärfen wir ein bisschen die Bedingungen für die Jungs. Es gibt nämlich ein kleines Handicap für sie. Nämlich ein paar schwarze Brillen. Mit dem wir nichts mehr sehen. Also so gut wie nichts. So gut wie nichts mehr. Also noch sehen wir euch so. Wenn's gleich dunkel wird, wird's schwieriger. Krabbeln bitte noch. Ich glaub, dass wir trotzdem gewinnen werden. Ja. Also jetzt stapeln wir mal nicht mehr so hoch und sind bescheiden. Verbesserung. Bevor ich gleich abgeknallt werde, möchte ich, dass ihr noch eine Sache wisst. Ihr könnt diesen Kanal hier abonnieren. Oh mein Gott, wo kommen sie? Da ist irgendwas unter euch, ist was rot? Ich seh, ich weiß auch nicht, wo ich hinlaufe. Aber das ist schon sch... Na guck mal dahin. Wo ist das? Wow! Fuck! Na komm! Na komm! 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 Wo sind wir denn hier? Wir sind hier! 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 Micha? WStM! Ach du bist tot! Ja! Oh nein! WStM! Das war jetzt echt tot! Ja! Oh Fuck! Ja das war ein bisschen zu dunkel! Erstens, ich hab nicht angefangen. Und zweitens, als ich rausging, haben die alle noch gelebt. Ist kein Problem. Wirklich, ich gönne euch das von Herzen. Ja. Das war nicht gut. Verdienterweise haben wir jetzt hier eine VR-Worlds-Brille für die Playstation. Und mit etwas Glück könnt ihr die auch gewinnen. Last but not least spielen wir Last Creator Standing. Das heißt also, jeder gegen jeden. Zehn Minuten lang geben wir noch mal alles. Und derjenige, der am Ende die meisten Treffer hat, gewinnt einen 200-Euro-Amazon-Gutschein. Übrigens, The Expense, alle fünf Staffeln, jetzt bei Prime Video, zieht's euch auf jeden Fall rein. Was? Das passiert ja gar nicht. Ich arbeite dran. Was? 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 Ich war eben noch bei 5.6. Es ist scheinbar ein Wundergeschehen und einer von uns durfte doch noch ein Spiel siegreich gestalten. Aber ich bin ehrlich, ich habe sie am Ende einmal abgeschossen und sonst hätte sie gewonnen. Deswegen die 200 Euro Amazon Gutschein, die gehen natürlich dann an dich bzw. deine Follower. Herzlichen Glückwunsch. Aber Applaus an uns alle. Kinder, das ist wie Weihnachten. Wir haben gespielt und gewonnen eine GoPro 9 für euch. Die kommt in unser Paket rein und einer von euch kann sie gewinnen. Dann haben wir ein GPS-Lasertag-Spiel. Das kann man auch gewinnen. Oh, Entschuldigung Mirko. Menschen mit erschlagen. Und den Buchband zu The Expense gibt es auch noch oben drauf. Und jetzt viel Glück beim Gewinn. Wir präsentieren unsere hart erkämpften Preise, die ihr jetzt gewinnen könnt. Und zwar haben wir hier einmal eine Playstation VR Brille. Die kommt als erstes in die Box. Dann haben wir einen 200 Euro Amazon Gutschein. Und als letztes die Expense Bücherreihe. Die könnt ihr auch noch gewinnen. Und ich wünsche euch ganz viel Glück. Und wenn ihr diese geilen Preise jetzt gewinnen wollt, dann kommt auf unseren Kanälen vorbei. Und da haben wir nämlich ein Video hochgeladen. Und in der Videobeschreibung findet ihr alles, was ihr dazu wissen müsst. Die Expense Staffel 1 bis 5 findet ihr bei Prime Video. Und wenn ihr noch mehr Bock auf futuristische Serien habt, solltet ihr euch auf jeden Fall auch noch Upload angucken. Und wenn ihr denkt, die Chaoten will ich noch woanders spielen sehen, dann schreibt in die Kommentare unten rein. Und in diesem Sinne, tschüss. Macht's gut. Tschö. Tschüss. Izt ab sofort. Erst bei k Tschüss. Mit den gibt's f進ing изучiert haben. Nö nói.